Herzlich willkommen zurück. Im vorigen Video hast du die Kurvenuntersuchung mit hinreichenden Bedingungen kennengelernt. In diesem Video werden wir nun die Kurvenuntersuchung mit Tabellen besprechen und an einem Beispiel ausprobieren. Und dafür musst du nur wissen, was der Zusammenhang zwischen f' und dem Monotonieverhalten von f ist und was der Zusammenhang zwischen f' und dem Krümmungsverhalten von f ist. Viel mehr als das brauchen wir nicht. Und wir werden auch in dann noch späteren Videos feststellen, dass diese Methode tatsächlich sogar noch besser ist als die mit den hinreichenden Bedingungen, weil wir so nicht in die bereits viel diskutierten Probleme hineinlaufen, die die hinreichenden Bedingungen mit sich bringen. Also gut, schauen wir uns das Beispiel an, das wir jetzt näher untersuchen und anhand von dem wir die Kurvenuntersuchung mit Tabellen einführen. Wir untersuchen den Funktionsgrafen der Funktion g mit folgender Gleichung. g von x ist gleich x mal e hoch minus x² halbe. Die ersten beiden Ableitungen von g sind bereits berechnet und auch faktorisiert. Der erste Arbeitsauftrag lautet nun, rechne nach. Ein kleiner Hinweis, erinnere dich an die Produkt- und die Kettenregel. Pausiere kurz das Video, rechne nach und wir besprechen dann die Rechenwege. Also gut, für die erste Ableitung müssen wir zunächst diesen Ausdruck hier oben ableiten. Dabei müssen wir sowohl die Produktregel beachten, denn hier haben wir x mal e hoch minus x² halbe, also zwei Ausdrücke mit x, die miteinander multipliziert sind. Und hier müssen wir dann auch noch die Kettenregel berücksichtigen. Also es gilt einiges zu beachten. Eine Vorschrift für die erste Ableitung von g sieht dann zunächst einmal so aus. Also als erstes x abgeleitet ist 1 und der zweite Ausdruck so stehen gelassen wie er ist. Plus dann x stehen gelassen und dann e hoch minus x² halbe abgeleitet. Achtung eben Kettenregel. Die äußere Ableitung von e hoch irgendetwas ist immer e hoch irgendetwas. Also da ändert sich nichts. Aber die innere Funktion müssen wir noch beachten. Also die innere Ableitung ist hier jetzt die Ableitung von minus x² halbe und davon ist die Ableitung minus x. Also erhalten wir als Vorschrift für die erste Ableitung von g diesen Ausdruck hier. Das sieht jetzt noch nicht gleich aus. Es liegt daran, dass wir diesen Ausdruck noch ein bisschen umformen können. Und zwar können wir als erstes noch e hoch minus x² halbe herausheben. Dann bleibt uns schon nur noch dieser eh schon sehr schöne Ausdruck hier übrig. Hier können wir noch minus 1 herausheben. Und in der Klammer bleibt uns noch x² minus 1. Und zur Erinnerung, das hier lässt sich sehr schön faktorisieren. Und zwar ist das einfach x plus 1 mal x minus 1. Und somit haben wir genau das stehen, was hier oben bereits dasteht. Also wir haben das nachgerechnet erfolgreich. Und was diese Darstellung in Faktoren angeht, die bringt einige Vorteile mit sich. Was das genau bringt, werden wir später im Video noch kennenlernen. Als nächstes rechnen wir noch die zweite Ableitung nach. Dafür nehmen wir eine Form der ersten Ableitung oder der Vorschrift für die erste Ableitung. Ich persönlich finde diese am praktischsten zum Weiterrechnen. Tatsächlich wäre es ja eigentlich egal, denn die sind ja alle gleich. Also wir haben diesen Term ja nur umgeformt. Von welchen wir jetzt weiterrechnen, ist eigentlich ganz egal. Ich finde den am praktischsten, denn dann erhalten wir für die zweite Ableitung zunächst einmal minus 2x mal e hoch minus x² halbe. Denn die Ableitung von diesem Ausdruck hier ist minus 2x und das bedeutet zunächst das hier abgeleitet und das stehen gelassen ergibt das plus das hier stehen gelassen und e hoch minus x² halbe abgeleitet. Das ist das gleiche wie vorhin. Gut, auch hier können wir ähnlich vorgehen. Zunächst einmal e hoch minus x² halbe herausheben. Dann bleibt uns dieses Polynom in der Klammer übrig. Das können wir zusammenfassen. x herausheben. Das ist Geschmackssache. Das hätten wir vorhin auch schon machen können. Und dann bleibt uns hier noch x² weniger 3. Und auch das lässt sich ähnlich wie dieser Ausdruck schön faktorisieren. Nur, dass wir jetzt Rücksicht nehmen müssen darauf, dass 3 keine Quadratzahl ist. Also wir müssen schreiben x minus Wurzel 3 mal x plus Wurzel 3, sodass das stimmt. Aber auch hier erhalten wir dann diese Faktorisierung, die mit der da oben übereinstimmt. Und ja, auch hier werden wir aus dieser Faktorisierung noch Nutzen ziehen. Als nächstes schauen wir uns aber mal die Nullstellen von g an. Und zwar, das ist der nächste Arbeitsauftrag, berechne die Nullstellen von g und kreuze dann hier die zutreffenden Eigenschaften an. Nimm dir dafür wieder kurz Zeit, pausiere kurz das Video und eine kleine Erinnerung bzw. ein kleiner Tipp. Denk an den Produktnullsatz. Also gut, was soll dieser Tipp mit dem Produktnullsatz bedeuten? Naja, wir müssen uns überlegen, wann gilt, dass g von x gleich 0 ist. Und wir sehen, g von x können wir, oder ist gegeben durch dieses Produkt hier. Also, wir müssen uns überlegen, wann ist x mal e hoch minus x² halbe gleich 0. Also was könnten wir für x einsetzen, sodass das erfüllt ist? Und eine erste wichtige Beobachtung ist, dass dieser Ausdruck hier garantiert größer 0 ist. Also e hoch irgendetwas ist sicher größer 0. Es gibt keine reelle Zahl, mit der wir e potenzieren könnten, sodass das gleich 0 geschweige denn vielleicht sogar negativ werden würde. Also, das ist schon einmal sehr praktisch, denn das bedeutet, dieses Produkt kann nur dann 0 sein, wenn dieser Faktor hier vorne 0 ist. Und das ist nur dann der Fall, wenn einfach x gleich 0 ist. So weit, so gut. Hier in der Tabelle bedeutet das, wir können als erstes einmal ankreuzen, okay, für x gleich 0 ist g von x gleich 0. Und jetzt müssen wir uns noch überlegen, was passiert, wenn x kleiner 0 ist und was passiert, wenn x größer 0 ist. Zur Erinnerung, dieser Ausdruck hier, beziehungsweise hier oben ist vielleicht besser. Dieser Ausdruck hier ist auf jeden Fall größer 0. Das bedeutet, wenn jetzt x kleiner 0 ist, ist das hier negativ, das positiv. Minus mal plus ist minus. Also ist für x kleiner 0, g von x auch kleiner 0. Das gleiche Spiel können wir spielen für x größer 0. Dann ist dieser Faktor positiv. Der ist sowieso positiv. Also plus mal plus ist plus. Also ist g von x dann positiv. Und wir sehen schon, auch hier haben wir eigentlich eine Faktorisierung und das bringt wirklich viel. Weil erstens, wir finden sehr leicht heraus, für welche Werte von x der Ausdruck gleich 0 ist. Und wir können auch sehr leicht untersuchen, in welchen Intervallen der Ausdruck größer oder kleiner 0 ist. Weil wir müssen nur die Vorzeichen davon dann berücksichtigen und dann weiter überlegen. Also Darstellung in Faktoren ist sehr praktisch in diesem Zusammenhang. Gehen wir weiter. Und zwar als nächstes wollen wir jetzt die Nullstellen von g' berechnen und dann hier in dieser Tabelle die zutreffenden Eigenschaften ankreuzen. Nimm dir dafür wieder ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video und wieder zur Erinnerung denkt an den Produkt Nullsatz. Also gut, wir können eigentlich völlig analog vorgehen. Wir haben auch hier wieder die angenehme Situation, dass dieser Ausdruck hier bereits faktorisiert ist bzw. das haben wir vorhin schon sichergestellt. Und jetzt können wir wieder unsere Nutzen daraus ziehen. Denn zur Erinnerung, dieser Ausdruck hier ist sowieso größer 0. Das heißt, wir brauchen eigentlich sogar nur noch das hier betrachten. Und wir wissen auch, das Ganze ist genau dann 0, wenn mindestens einer der Faktoren 0 ist. Also wieder mal Produkt Nullsatz. Und dieser Faktor hier ist genau dann 0, wenn x gleich minus 1 ist. Also wir können schon einmal festhalten, wenn x gleich minus 1 ist, ist g' von x gleich 0. Und dieser Faktor hier ist genau dann 0, wenn x gleich 1 ist. Also wenn x gleich 1 ist, ist g' von x gleich 0. Und was wir ebenfalls wissen ist, das sind tatsächlich auch die einzigen beiden Nullstellen, die g' besitzt. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Betrachtungsrahmen abgesteckt, weil wir müssen uns nur noch überlegen, was macht g' wenn x kleiner ist als minus 1, was macht es, wenn x zwischen minus 1 und 1 liegt und was macht es, wenn x größer ist als 1. Und das ist das, was wir jetzt als nächstes machen werden. Zunächst einmal x kleiner als minus 1. Dann ist dieser Ausdruck hier negativ. Dieser ist auch negativ. Minus mal minus ist plus. Wir haben hier aber noch ein Minus. Also insgesamt ist es dann erst recht negativ. Das bedeutet, g ist dann fallend. Weil wenn die erste Ableitung in einem Intervall echt kleiner 0 ist, dann wissen wir sogar g ist dort streng monoton fallend. Gut, als nächstes, was macht x zwischen minus 1 und 1? Dann ist dieser Ausdruck hier positiv. Dieser ist nach wie vor negativ. Plus mal minus ist x minus. Wir haben hier aber noch ein Minus. Das heißt insgesamt ist es plus, also positiv. Das bedeutet, g' von x ist echt größer 0 in diesem Intervall. Daraus können wir schließen, dass g dort sogar streng monoton wächst. Und wir wissen, dass es davor fällt, danach wächst. Dann bedeutet das, dass wir hier genau einen Tiefpunkt haben. Wir sehen, das ist genau die umgekehrte Reihenfolge als bei der Methode mit den hinreichenden Bedingungen. Weil dort haben wir zuerst Hochpunkte, Tiefpunkte, Sattelpunkte identifiziert und dann auf das Monotonieverhalten geschlossen. Wir werden aber auch in späteren Beispielen noch sehen, diese Methode bringt ein paar Vorteile mit sich. Denn so mit diesem Vorgehen finden wir tatsächlich alle Hochpunkte, Tiefpunkte und Sattelpunkte, was wir bei den hinreichenden Bedingungen nicht garantiert schaffen. Das heißt, so dieses Vorgehen bringt auch noch mit sich, dass es leichter ist, tatsächlich auf Hochpunkte, Tiefpunkte und Sattelpunkte stichhaltig zu schließen und keine zu übersehen. Gut. Als nächstes noch, was passiert, wenn x größer ist als 1? Na ja, dann ist das hier positiv, das hier auch. Plus mal plus wäre plus. Wir haben aber noch ein Minus davor. Das heißt, insgesamt ist es wieder negativ. Eben sogar g' von x ist sogar echt kleiner 0 für alle x größer 1. Das heißt, g ist dort dann wieder streng monoton fallend. Wenn es davor steigen, dann fallend ist, heißt das, dass wir hier bei 1 einen Hochpunkt haben. Und so haben wir alles perfekt durchargumentiert. Als nächstes machen wir genau das gleiche jetzt auch noch für die zweite Ableitung. Nimm dir dafür wieder ein paar Minuten Zeit, fülle die Tabelle aus und zur Erinnerung ein letztes Mal noch Produkt Nullsatz. Also offensichtlich ist der sehr praktisch und wir verwenden ihn hier die ganze Zeit. Gut, wie vorhin schon erwähnt, das Vorgehen ist eigentlich komplett analog. Wir haben wieder den großen Vorteil, das Ganze hier ist schon faktorisiert. Das haben wir vorhin schon gewährleistet. Das bedeutet, die Nullstellen zu finden ist leicht. Ein letztes Mal auch noch einmal hier zur Erinnerung, das hier ist tatsächlich echt größer 0 für alle x. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur das hier betrachten und das ist genau dann 0, wenn mindestens einer der Faktoren 0 ist. Das bedeutet, dieser Faktor hier ist genau dann 0, wenn x gleich minus Wurzel 3 ist. Also wenn x gleich minus Wurzel 3 ist, dann ist g2' von x gleich 0. Das hier ist 0, wenn x gleich 0 ist. Und das hier ist 0, wenn x gleich Wurzel 3 ist. Und so haben wir tatsächlich garantiert auch alle Nullstellen der zweiten Ableitung hier gefunden und wieder unseren Betrachtungsrahmen abgesteckt. Und jetzt müssen wir halt noch alle Intervalle dazwischen und davor und danach betrachten und haben so dann die gesamte zweite Ableitung perfekt untersucht. Gut, gehen wir es an. Als erstes, was passiert, wenn x kleiner ist als minus Wurzel 3? Dann ist das hier negativ, das hier auch und das auch. Minus mal minus mal minus ist minus, also ist das negativ hier. Gut, das bedeutet, dass g für alle x kleiner minus Wurzel 3 negativ gekrümmt ist. Gut, als nächstes schauen wir uns an, was passiert, wenn x zwischen minus Wurzel 3 und 0 ist. Zwischen minus Wurzel 3 und 0 ist das hier positiv. Das ist aber negativ. Das ist auch negativ. Das wäre plus mal minus mal minus. Minus mal minus ist plus. Das heißt, insgesamt haben wir plus mal plus. Das bedeutet, die zweite Ableitung ist dort positiv. Also ist g dort positiv gekrümmt. Und wir erkennen davor negativ, danach positiv gekrümmt. Also haben wir dort tatsächlich ganz sicher einen Wendepunkt. Gut, dieses Vorgehen wiederholen wir jetzt noch zweimal. Als nächstes schauen wir uns an, was passiert, wenn x zwischen 0 und Wurzel 3 liegt. Dann ist das positiv. Positiv das aber negativ. Plus mal plus mal minus ist minus. Also ist die zweite Ableitung oder der Wert der zweiten Ableitung hier kleiner 0. Das bedeutet, es ist wieder negativ gekrümmt. Und einen letzten haben wir noch. Wenn x größer ist, ist es Wurzel 3. Das ist leicht zu sehen. Dann sind die sicher alle positiv. Plus mal plus mal plus ist plus. Also größer 0. Das bedeutet, der Graph von g ist dort positiv gekrümmt. Das heißt, auch hier ändert sich tatsächlich das Krümmungsverhalten hier von minus auf plus. Also wir haben auch hier einen Wendepunkt. Und auch hier, den hätte ich jetzt fast übersehen, hier ändert sich von plus auf minus. Also wir haben auch hier einen Wendepunkt. Und haben alles perfekt durchargumentiert. Zum Abschluss noch einen letzten Arbeitsauftrag. Skizziere den Funktionsgrafen von g. Die Punkte, die wir vorhin schon ermittelt haben, sind hier jetzt schon eingezeichnet. Nimm dir dafür auch noch kurz Zeit. Ein kleiner Hinweis. Wirf gerne noch einmal einen Blick auf die ausgefüllten Tabellen. Also gut. Ich habe den Graphen hier jetzt schon vorgezeichnet. Bei mir sieht er circa so aus. Er sollte tatsächlich durch den Punkt 0,0 verlaufen. Also das hier ist nicht perfekt. Aber in etwa sollte der Graph so aussehen. Wichtig ist, dass alle Punkte drauf liegen. Und dass der Graph das Monotonie- und Krümmungsverhalten, das wir untersucht haben, halbwegs gut widerspiegelt. Also es sollte so sein, dass G, also das gut erkennbar ist, dass G hier in diesem Intervall monoton fällt, hier monoton steigt, hier monoton fällt. Außerdem sollte erkennbar sein, dass der Graph hier negativ gekrümmt ist, hier positiv, hier negativ und hier noch einmal positiv. Vielen Dank. Vielen Dank.